Musik Also, so wie es heißt, dass das Bindeglied zwischen dem Affen und dem wahren Menschen wir sind, so ist der Weg von dem heutigen Zustand der Demokratie zu einer echten Demokratie noch ein sehr weiter und wir befinden uns eher am Beginn dieses Weges. Eine echte Demokratie bedeutet viel, viel mehr als das, was wir heute haben. Bedeutet echte Souveränität, dass die Bevölkerung ihre Vertretung konkreter wählen kann, dass sie sie korrigieren und stoppen kann, abwählen kann, ergänzen kann durch Gesetzesinitiative, dass sie das Grundgesetz oder die Verfassung selbst schreiben, annehmen oder verändern kann, dass wir neben der indirekten Demokratie auch die direkte Demokratie haben, partizipative Demokratie und Wirtschaftsdemokratie und eine ganze Reihe weiterer Elemente, dass wir auf diese Weise ein wenig freier auch werden, als wir heute sind. Und der Verein Mehr Demokratie e.V. bereitet hier ein wichtiges Feld auf, dass hier die Saat der Demokratie langfristig aufgehen kann. Und dafür bin ich diesem Verein sehr, sehr dankbar. Und ich beglückwünsche dem Verein zu den ersten 25 Jahren und wünsche ihm in den nächsten 25 Jahren einige wichtige weitere Meilensteine auf dem Weg zu echter Demokratie.